Louis-Gabriel Suchet war ein französischer Marschall, der von Napoleon zum Herzog von Albuferer ernannt wurde. Leben. Suchet trat 1792 als Freiwilliger in die Leiner Nationalgarde ein, Forcht 1794 und 1795 in Italien unter La Habwad 1797 General de Brigade. Anschließend starb Chef unter Guillaume-Marie-Anne-Brun und befehligte seit 1798 als General die Division in der Schweiz. Vom 31. Dezember 1799 bis 5. Januar 1800 war er Kommandant der Armee d'Italie. Im Juni 1800 wurde er Kommandant von Genua und übernahm im Dezember den Befehl über das Zentrum der Armee in Italien. Nach dem Frieden von Luneville 1801 wurde Suchet zum Generalinspektor der Infanterie ernannt und erhielt 1803 eine Division im Lager von Bologna. In den Feldzügen von 1805, 1806 und 1807 zeichnete sich seine Division, die erste des 5. Korps unter Lannes, vielfach aus. Nach dem Frieden von Tilsit befehligte Suchet das 5. Korps in Schlesien und führte es gegen Ende 1808 nach Spanien. Wo er während der Belagerung von Zaragoza das rechte Ufer des Ebro deckte. Nach dem Fall der Stadt wurde er in den Grafenstand erhoben und übernahm im April 1809 das Kommando der Armee von Aragonien. Er siegte bei Mavia, Belchelt und Lerida und eroberte Totosa und Taragua am 28. Juni 1811, womit er sich den Marschallstab erwarb. Am 25. Oktober 1811 schlug er Soakin Blake Y. Joyce bei Morviedro. Nahm am Folgetag die Kapitulation der Festung entgegen und eroberte am 9. Januar 1812 Valentia, wofür er den Herzogstitel erhielt. Nachdem er Anfang 1814 über die Pyrenäen zurückgegangen war, erklärte er aus seinem Hauptquartier Narbonne 14. April 1814 die Anerkennung Ludwigs 18 Punkt und schloss einen Waffenstillstand mit Wellington. Er unterwarf sich Ludwig der 18. und erhielt daraufhin die Perwürde sowie einen Sitz im Oberhaus. Bei der Rückkehr Napoleon C. von Elba schloss sich Suchet diesem erneut an und ließ sich das Kommando der Alpenarmee übertragen. Er drang am 14. Juni 1815 in Savoyen ein, wurde aber von den Österreichern zurückgeworfen. Bei Ludwigs 18. Rückkehr verlor er die Perwürde, er hielt sie aber 1819 zurück. Luis Gabriel Suchet starb am 3. Januar 1826 in Marseille. Seine Memoirs sur les Campes Agnes en Espagne depuis 1808 just quen 1814 veröffentlichte sein Stabchef Saint-Cyr-Noguas. Suchets Sohn Napoleon Suchet, Herzog von Albuferra, war von 1852 bis 1870 Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft. Ehrungen Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 33. Spalte eingetragen. In Lyon ist ihm ein Denkmal errichtet.